Mein Name ist Sandra Kahn und ich bin Teamcoach aus Leidenschaft. Ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft und ich liebe es total, mit unterschiedlichen Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen zusammenzuarbeiten. Denn sind wir uns mal ehrlich, egal ob Kita, Tischlereibetrieb oder Konzern, wenn Menschen zusammenkommen und zusammenarbeiten, dann sind die Themen, die sie umtreiben, oftmals super ähnlich. Ich habe einen kleinen Faible für Kitas. Vielleicht liegt das daran, dass meine Mama pensionierte Kindergärtnerin ist und die ihren Job immer so total geliebt hat und mit mega viel Herzblut an die Sache herangegangen ist. Und auch wenn es mal nicht ganz einfach war, und das war es durchaus öfters, getauscht hätte sie niemals. Kids tagtäglich fit zu machen für die Zukunft ist eine mega große Herausforderung und zugleich eine total große Verantwortung. Und dabei würde ich euch gerne unterstützen als euer Teamcoach. Ich forme aus euch eine noch motiviertere Truppe, die füreinander einsteht und füreinander da ist, die offene Feedback-Kultur lebt und Konflikte konstruktiv lebt. Das letzte Kita-Team, das ich begleiten durfte, die kamen und waren eigentlich der Meinung, dass es oberflächlich alles total gut passt. Aber wir haben den ganzen Raum gegeben und sind draufgekommen, dass da doch einige Themen sind, die an die Oberfläche gekommen sind. Die kennen jetzt ihre Baustellen ziemlich konkret und sind noch enger aneinander gerückt, damit sie den Herausforderungen der Zukunft trotzen können. Sehen wir uns mal ehrlich, ein offener und wertschätzender Umgang miteinander ist keine Selbstverständlichkeit. Das darf geübt werden. Wenn du also Lust hast, dein Team aufs nächste Level zu heben, dann lass uns über deine nächste Teamentwicklung sprechen. Und vergiss nicht, egal wie groß die Herausforderung ist, ein starkes Team kann alles wuppen. In diesem Sinne, bis ganz bald. Das ist ein starkes Team, das ist ein starkes Team, und das ist ein viel zu stärken. Vielen Dank.